Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Enpro. In dieser Videoreihe möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein Quartiersprojekt in Enpro durchrechnen und planen können. Ich gehe dafür einmal in die Software rein. Wenn wir ganz am Anfang ein Projekt erstellen, dann können wir hier einen Projektnamen vergeben. Ich nenne das jetzt mal hier mein Projekt. Wir können den Projekttypen auswählen. Das soll jetzt hier in dieser Videoreihe einmal das Quartier sein, mit dem wir uns beschäftigen. Das bedeutet einfach, dass wir mehrere Gebäude haben, ein Wärmenetz und eine Energiezentrale. Auf der rechten Seite können wir den Standort auswählen. Das ist so ungefähr der Standort, den wir haben wollen. Das heißt, das verknüpft mit den Wetterdaten, die wir dann verwenden in der Simulation. Nehmen Sie dann am besten eine Stadt, die in der Nähe liegt. Oder, wenn Sie es noch ein bisschen genauer machen möchten, können Sie auch Wetterdaten hochladen. Ich zeige das hier einmal. Wenn Sie hier aufklicken, dann haben Sie die Möglichkeit, entweder Zeitreihen hochzuladen aus einem bestehenden Wetterdatensatz, den Ihnen zur Verfügung steht. Oder eben EPW-Dateien zu importieren. Hier gibt es mehrere Seiten, die wir hier verlinkt haben, wo Sie also eine EPW-Datei, ein Testreferenzjahr im EnergyPlus-Wetterdatei-Format, wie Sie da also eine EPW-Datei hochladen können. Sie können alternativ auch die Wetterdaten anpassen, das zeige ich auch einmal, und auch visualisieren und herunterladen. Alles ist möglich. Wenn Sie hier auf Profile visualisieren klicken, dann sehen Sie einmal eben die Zeitreihen, die wir nutzen für die Simulation, die Lufttemperatur zum Beispiel, aufgetragen über das gesamte Jahr und verschiedene Möglichkeiten, die dann auch nochmal zu visualisieren. Sie können auch diese Profile nochmal ein bisschen anpassen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich hätte gerne eine ganz bestimmte Auslegungstemperatur, dann können Sie hier die Temperatur, die Tiefstemperatur nochmal festlegen. Und dann würde der untere Bereich unterhalb des Mittelwertes leicht gestaucht oder gestreckt werden, so dass eben hier diese Tiefstemperatur erreicht wird. Genau, und die letzte Funktion eben hier, Wetterprofil herunterladen. Wenn Sie da einmal sehen wollen, was benutzt wird und sich die in Excel ausgeben lassen möchten, dann können Sie das hier machen. Hier unten gibt es die Projektvorlage, die wir auswählen können. Das ist praktisch so ein Startpunkt, ein Parameterdatensatz, der dann schon genutzt wird, ganz am Anfang, wenn Sie das Projekt erzeugen. Hier sparen Sie also ein bisschen Arbeit, wenn Sie hier die richtige Einstellung treffen. Das kann das klassische Wärmenetz sein, eben 60, 70, 80, 90 Grad, auch 100 Grad sind natürlich möglich. Mittelwarmes Netz, Low-X-Wärmenetz mit dezentraler Trinkwarmwassererwärmung. Da denken wir an so ein 40-Grad-Netz, wo dann eben Trinkwarmwasser nochmal dezentral geboostert wird. Und auch das kalte Nahwärmenetz, das Energienetz kann man darstellen. Als Vergleichslösung gehen auch immer dezentrale Lösungen. Das heißt, wenn Sie gar kein Wärmenetz darstellen wollen, einfach nur schauen, wie weit komme ich mit dezentralen Luftwärmepumpen oder dezentralen Erdwärmepumpen, dann wäre das hier diese Option. Und das letzte ist ein Microgrid, das ist im Prinzip erstmal strombasiertes System, was jetzt nicht so stark auf die Wärme abhebt. Auf der rechten Seite haben Sie immer auch die Möglichkeit, die Kälteversorgung nochmal auszuwählen. Wenn Sie hier Kälte auswählen, dann würde eben auch Klimatisierung in den Gebäuden mitgedacht werden. Standardmäßig ist das nicht erforderlich, aber falls das notwendig ist, können Sie das hier auswählen. Egal, was Sie hier auswählen in den beiden Dropdown-Feldern, Sie können später alle Parameter auch nochmal so abändern, dass Sie beispielsweise, wenn Sie am Anfang hier ein Wärmenetz ausgewählt haben, später eben ein kaltes Wärmenetz simulieren. Genau, ich wähle jetzt mal als Stadt hier Köln aus, denn da habe ich schon ein paar Daten vorbereitet. Wir haben außerdem hier noch die Projekteinstellungen. Da finden sich so ein paar wichtige oder so ein paar grundlegende Einstellungen zur Bedarfsprofilerstellung und auch zur minimalen Temperaturdifferenz, die angenommen wird. Und hier in der Mitte unten haben wir noch den Button Parameter importieren. Das ist interessant, wenn Sie später ein Projekt komplett mal angelegt haben, mit Ihren Daten, Ihren Parametern, zum Beispiel Kosten für BRKWs hinterlegt haben, Kosten für das Rohrnetz und vielleicht auch Wärmepumpen hochgeladen haben, Wärmepumpendatenblätter hochgeladen haben, dann können Sie nämlich hier auf Exportieren klicken, sobald wir das Projekt einmal erstellt haben. Und dann bekommen Sie einen Parameterdatensatz mit ganz vielen hunderten Parametern, die Sie in dem Projekt dann schon angelegt haben oder definiert haben. Und diesen Parameterdatensatz können Sie beim nächsten Mal, also wenn Sie das nächste Mal dann ein neues Projekt anlegen, wiederverwenden und eben hier dann einladen. Und so brauchen Sie dann so Parameter wie eben kalkulatorischer Zinssatz oder Betrachtungshorizont oder Kosten für den Kessel und so weiter, eben nicht jedes Mal neu zu definieren, wenn Sie ein neues Projekt anlegen. Gut, jetzt klicke ich hier einmal auf neues Projekt anlegen und dann sind wir in der Kartendarstellung und hier machen wir dann im nächsten Video weiter und erzeugen hier mal ein erstes Quartier.